Ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Red Dead Redemption. In der Haut von Arthur, morgen sind wir wieder zurück hier im wilden Westen, der gar nicht mehr so wild ist oder immer mehr gezähmt wird. Und wir haben ja in den letzten Folgen schon einiges erlebt. Oh ja, da war so einiges dabei. Wir haben John Marston gerettet, wir haben uns gegen Wölfe gestellt, wir haben Banden zunichte gemacht und noch vieles, vieles mehr. Und hier unser Lager ein bisschen unter die Lupe nehmen können. So ein bisschen unsere Bundle kennengelernt und es macht richtig Bock. Der erste Eindruck ist einfach der Hammer, das Spiel ist genial umgesetzt, die ganze Animation und so weiter. Diese ganze Entwicklung hat sich gelohnt. Man muss echt sagen, das kommt schon sehr gut rüber. Wir haben ein paar Kanteien und ein Rappet, für was, 10, 12 Menschen? Wenn ich in der Niederlande bin. Ich will nicht hören, was du in der Niederlande bist, Herr Pearson. Wir sind in der Niederlande, für 50 Tage. Und du, införtertlich, überlebt hast du. Als wir weg von Blackwater entfernt haben, ich nicht able, zu bekommen, zu bekommen. Aber wenn die Regierungen der Regierungen aufhörst, Wenn du dich schraubst, gibt es einige Zeit, die Verkaufeln muss werden. Wir leben, wie wir immer haben. Wenn es braucht, können wir dich essen essen. Du bist der Beste. Ich habe Lenny und Bill geholfen, und sie haben nichts gefunden. Lenny ist mehr in den Buch lernen, als hunting. Bill ist ein Fuss. Unless die Mäste sind mit einem Spiel, die Sie lernen wollen, es ist kein Wunder, dass sie genug gefunden haben. Wir gehen und finden etwas. Komm, Arthur. Wait a second. Hold on. Here. You need something to eat out there. Assorted, salted, awful. Starving will be preferable. Come on, let's go. You can't go, Hunter. Look at your hand. I can't stay here listening to you two. Look at this game in those hills, I'll find it. And you can kill it. You need to rest, Charles. You think this is rest? Come along. Come on. Come on. This way. Na, dann wollen wir mal ein bisschen Essen mit dem Charles organisieren, und haben noch ein paar gesalzen Innereien. Wir sind gleich wieder da, man. How are you holding up, Charles? I'm okay. Apart from this hand. Stupid mistake. Still bad? It'll be fine in a day or two. I just can't pull a boat right now. Well, I sure hope I can. Never really got the hang of it. You'll be fine. So, you reckon we're gonna find something to kill that ain't no Driscoll? Huh. There's meat up here for sure. Pearson doesn't know what he's talking about. Now the weather's eased off a bit, they'll be needing to feed. We'll head up this way, find some higher ground. Whew. Been a wild few days, all right. That ride north from Blackwater. Getting stuck in the storm. Going out for John. That thing with the old Driscolls. You've had a lot put on you. I wish I could have done more. I didn't mean it like that. Just a lot to think back on. I still don't really know what happened on that boat. Me neither. Well, out here told me a bit, but it sure weren't good. That's so cool, so atmosphere made. And we're gonna find something better than saltiness. In the inner rein. Yeah. Viele Tiere sind im Winter ja nicht unterwegs. So ein bisschen das Problem. Meistens. There are some patches of grass here. This is good. Come on. Let's try this way. Keep your eyes peeled for movement. Hmm. The wind's died down too. That's good. No wind at all is bad. But if it's too strong, they won't move. Now shh. Stay quiet. Hey. Eben checken. Wir haben auch einen Bogen dabei mittlerweile. Die wären wir bestimmt noch beigebracht bekommen jetzt. Wait a second. I see something. I see something. Okay. How can you tell? How can you not? Let's walk it from here. You're gonna need the bow. Don't leave it on your horse. A gun will scare everything around. No. Use the bow I gave you. Okay. I see ya no not what, Mensch. I'm gonna get off the jagt. Do you see the tracks? I think so. Maybe not. Focus. Try to stay low. Okay. Das Adler-Oge. Keep low. It's easier in the snow, but once you get your eye in, you'll be able to track Cornelia as well in grass and woods. Das ist ja schon richtig geil gemacht, der Jagd-Simulator hier. Ja, die Spuren werden aber auch immer weiter ausgedünnt. Hier sieht man's schön. Sie aber noch nicht, siehe. Hm, da ist da noch nix. Ich will jetzt aber auch nicht aufstehen und dann alles aufschrecken, wirst du? Da vorne geht's lang. Da hinten. Am Fluss, seht ihr's? Das ist ein Reh. Boah. Ne, das ist echt übel. Lass ein bisschen näher rangehen, so krieg ich den noch nicht gut. Boah, der zieht voll runter. Der ist so mega schlecht im Bogen schießen. Ich kann kaum zielen. Ja! Das war ein guter Treffer. Aber es ist schwierig noch. Wenn nicht wird der Charakter immer besser mit dem Bogen. Aber es ist nur sehr realistisch gemacht. Noch eins. Guck mal. Lass mal tracken. Irgendwelche Spuren. Da vorne führen noch mehr Spuren hin. Durch den Fluss. Und wir haben's mit einem Schuss. Einen guten Treffer erledigt, tatsächlich. Gut gemacht. Super Treffer, ja. Verdammt, ey. Okay. Können wir das jetzt nicht auseinander nehmen? Macht er das? Uns? Oder sollen wir erst mal das andere finden? Okay, dann finden wir erst mal das andere. Können später noch was mitgönnen. Da liegt irgendwas, ne? Ist das nur Gras? Oh, Vorsicht. Dahinter. Noch ein bisschen näher ran. Probier mal, wie nah man da rangehen kann, ungefähr. Bleib stehen, bleib stehen. Ich muss hier auf jeden Fall stehen bleiben kriegen. Sonst wird es schwieriger, sie zu treffen. Verdammt, jetzt ist das... Hör ich mir das andere. Ja, zack. Ja, bis nachher. Na, das gibt ein Fest mal, Leute, sag ich euch. Hau auf. Auf. Auf geschultert. Komm schon, Pferdchen. Da kommt das Geritten. Dauert natürlich was länger. Und durch den Fluss muss es auch noch kommen. Hier bin ich. Hier bin ich. Rossi. Da fängt das schon wieder an. Nämlich eine sehr nette Dame in der Community. Die gute Rossi. Die ja oft mitschaut. Und da ist der Name natürlich immer passend, ne? Zum Pferdchen. Deswegen ärgern wir die immer im Livestream. So. Rauf damit. Wir müssen ihn eigentlich nur anbinden, ne? Das wäre dann ganz perfekt. Okay. Ja, das brauchen wir nicht. Können wir so mitnehmen. Wohl, Moment mal kurz. Ich steig nochmal lieber ab. Ich geh nochmal lieber ganz kurz. Schauen. Dass ich mir... Wer weiß, was jetzt passiert, ne? So. Lieber mal die... Das Gewehr mitnehmen. Weil wir müssen jetzt nichts jagen. Und wer weiß... Wer weiß nie, ob man überfallen würde oder nicht, ne? Wir kennen das. Oh, was ist denn das Pferd da gemacht? Hä? Hat's da hingekackt gerade oder so? Könnt ja tatsächlich sein. Guck mal, hier können wir in die Ego-Sicht gehen. Und uns das anschauen. Das ist aber sehr... Sehr kurios, dass das so schwarz ist. Was? Was hast du da gemacht, wie er dich... Rossi, was hast du getrieben? Okay. Darüber. Sieht schon geil aus hier, ne? In der Gegend. Und ich mag, dass man das so ruhig spielen kann. So, also Moment zumindest noch, ne? Es wird natürlich auch noch voll die Action- und Stress-Missionen geben wahrscheinlich. Aber bisher ist es abgesehen von diesem einen Bandkampf echt realistisch. Und wir werden jetzt auf diese Mountain zurückgehen. Soon. Die Leute sind noch nicht weg. Und du hast gesehen, wie es in den Wagen sind. Es geht nicht nachher, bis wir noch mehr Pferd werden. Mhm. Du bist wahrscheinlich richtig. Und, wenn wir hier rausgehen können, was dann? Wir haben noch einen großen Preis auf unseren Händen. Das ist ein großer Land. Wir finden uns irgendwo an, Lalo. Dutch und Jose will haben ein Plan. So, das sind wir ja vollkommen zurück. Weißt du, dass Simon Pearson hatte eine Pferd in seiner Hand, seitdem wir in Blackwater gingen? Wir geben den Camp Cook fünf Minuten, um die Essentale zu holen und zu gehen. Und er hat gar nicht eine Kremme-Früst. Gut, dass wir mehr als eine Kremme-Früst haben. Wir sind nur hier ein paar Tage hier, und haben bereits zwei mehr Maltes gekauft. Einen mehr. Wir haben keine O'Driskel auf den O'Driskel. Ja, das ist nur ein paar Tage, aber vielleicht gibt es noch einen Kremme-Früst. Wir haben einen Kremme-Früst. Sie hat eine wilde Ausfläche in ihrem Augen. Natürlich. Sie hat ihren Mannen verloren, ihren Haus, alles was sie hatte. Also, was wir machen? Oh, wenn wir rausgehen, und wir wieder auf unsere Gefallen sehen, dann sehen wir. Sie vielleicht haben eine Familie irgendwo. Wer weiß, vielleicht wird sie mit den O'Driskel für uns. Haha! Ich weiß, wer mein Geld ist in dieser Kampf. Er ist schweig, aber das macht ihn viel mehr sinnvoll. Vielleicht können wir sie mit ihnen, bevor sie mit uns kommen. Was ist mit deinen Driscoll? Wir haben sie mit ihnen? Ich glaube, wir haben sie noch nicht in den letzten sechs Monaten gewonnen. Ich glaube, weil sie hier sind. Ich habe viel gesprochen über sie. Ich glaube, wir haben sie mit ihnen schon Jahre geschehen. Eine große Gang. Nasty Sons of Bitches. Sie sind ein Lieder, Kolm, und die Dutzen gehen viel zurück. Und nicht in einem guten Weg. Ein properer Blut-Fuß. So habe ich gehört. Alter, da bringen wir immer mehr Erfahrung rein in diese ganze Gesamtstruktur dieser Bande. Und, ja, das sind schon ein paar Schlitzohren. Kann man gar nicht sagen. Du. Fuck. Okay. Ach du Scheiße, Mann. Der Nisse. Wir können den jetzt natürlich auch angreifen, aber das lassen wir lieber sein. Ich weiß, wie stark der ist. Wir müssen es ja auch nicht tun. Im Moment brauchen wir kein Beerenfleisch oder ähnliches. Deswegen ist das schon okay, denke ich. Wir haben nicht so lange gesprochen, du und ich. Wie lange hast du mit uns mit uns? 5, 6 Monate? Was das so? Aber du hast das nicht erwartet. Was? Any of das. Blackwater mess. Being up here. Ah. Sooner oder später, ein Job wird falsch sein. Natur oder Leben. Ich dachte, dass du jetzt weitergehen kannst. Du willst mich weitergehen? Nein. Nein. Nein, überhaupt nicht. Ich weiß, dass du es alleine kannst. Kein Problem. Ich habe das lange gemacht. Ich habe das lange gemacht. Ich habe immer gefragt, ob jemand dich zu töten. Ich habe immer gefragt, ob das viele Nachts zu töten. Ich denke, du bist okay. Das ist gut. Ich bin sicher, ich könnte mit einer anderen Gang, aber Dutch. Du weißt, Dutch ist anders. Oh, ja. Das ist sicherlich anders. Du fühlst mich rechtlich. Du fühlst mich rechtlich. Die meisten du fühlst. Und für einen Mann mit einem Vater und eine Frau indische Mann, das ist nicht normalerweise passiert. Na gut, wir brauchen dich jetzt. Ja, Der gute Dutch. Der gute Dutch. Ja, es müsste auch bald Frühling werden. Das stimmt schon. Ich meine, wir haben ja den ersten Bären gesehen, der mega hungrig war. Die Rehe ebenfalls. Und die Zeichen stehen auf Frühling. Und gerade hat man noch ein bisschen Erfahrung gemacht. Über die Pferde, über die Gangmitglieder und wie gesagt, der ist Dutch. Und so geholfen hat. Die armen Pferde. So. Jetzt gibt's was Leckeres auf dem Tisch. Ein bisschen wild. Oh, das arme Bambi. Guck mal, wie süß. So. Und wie schön das zugeschneit ist. Du hast es gut gemacht. Charles ist ein Wunder. Machen wir, Leute. Du hast es gewonnen. Jesus, was ist das? Navy Rum, Sir. Das ist die einzige Sache. Die einzige Sache. Das ist die Sache. Das ist das. Ja, das scheint es zu tun. Du hast es gemacht. Du hast dir das Hand gemacht, Charles. Ich werde es gut in ein paar Tage. Du kannst mich helfen mit dem Blumen, Herr Morgan? Es ist einfacher, wenn wir es zusammen machen. Du kannst dich nicht? Du hast immer mit den Blumen, nicht? Das ist wirklich nicht ein Job für ein Mann mit einem verbraten Hand. Ich sehe dich dann später. Du hast den, was du da verbringst. Du hast den, was du da verbringst. Hm. Na, dann wollen wir mal. Oh, krass, wie die das gemacht haben. Der ist aber echt Profi im Heuten. Ja. Das ist nicht so schlimm, Herr Morgan. Ja. Ja. Ja, wir sagten, dass du ein Böcher bist. Du kannst diese oder sie verkaufen, in praktisch in alle Stadt. Wenn du willst, um ein bisschen Geld zu verdienen. Natürlich. Jetzt, ich will nur aus der Erde raus. Ja. Wenn du etwas anderes findest, du sie mit mir. Klar, danke, Herr Morgan. Heck, Arthur Morgan's first decent bit of hunting, after all these years. Ja, wir sind jetzt auf die Runde. Jeder muss sich ein bisschen machen, um zu überleben. Nur machen ein gutes Stück, wenn die Leute brauchen. Es hat ein schwerer Tag.